Ja, ich würde auch sagen, 3 zu 1 steht auch eben in den Geschichtsbüchern, also von daher ist es ein Sieg, ja, wir haben uns vorgenommen, ins Halbfinale zu kommen, ich habe es gerade eben gesagt, und das haben wir erreicht und klar ist es beeindruckend, die Art und Weise und ist natürlich ja schon so eine kleine Duftmarke, die wir gesetzt haben, aber wir wissen alle, ja, und wir haben auch viele erfahrene Spieler dabei, denen es genauso geht, ja, die wissen, dass das nächste Spiel auch wieder ansteht, da genauso die gleiche Leistung auch zu bringen ist. Und daran, da bereiten wir uns vor und jetzt geht es wirklich darum, einfach mal das sacken zu lassen, ja, genau zu analysieren und dann versuchen, uns auf das nächste Spiel so vorzubereiten, dass wir, ja, einfach, was wir wollen, ganz oben zu stehen, auch schaffen, aber wir wissen alle, dass es ein hartes Stück Arbeit ist.